Musik Moin, ich bin der Thomas. Ich arbeite beim Kaufhaus Bendixen in Nebel auf Amrum. Meine Arbeit ist hier sehr vielseitig. Unter anderem bin ich für volle Regale zuständig. In so einem kleinen Laden muss man in allen Bereichen mithelfen. Kundenkontakt habe ich am ehesten, wenn ich an der Kasse sitze. Ab und zu bin ich auch im Bücherladen nebenan. Hier bereite ich kurz vor der Öffnung den Laden für die Kunden vor. Ich habe mich von Anfang an hier wohlgefühlt. Dabei hat mir unter anderem die freundliche Aufnahme im Schenikost sehr geholfen. Oh Johnny, die letzte Reise, die war gesungen. Oh Johnny, haben wir vierte Reise, haben wir alle aufstehen. Zu meinen Höhepunkten gehören definitiv die Auftritte im Schenikor während der Saison. Um ausüglichen zu bleiben, ist Sport für mich sehr wichtig. Wenn ich zur Ruhe kommen möchte, gibt es viele schöne Orte hier auf Amrum. Nach der Arbeit gehört der Austausch mit Freunden für mich dazu. Ein paar Badebegeisterte haben sich jetzt zusammengefunden, um wöchentlich im Winter baden zu gehen. Selbst bei frischem Wind und kühlen Temperaturen lassen wir uns davon nicht abhalten. Das ist wirklich eine nette Gruppe. Zurück im Warmen kann man den Tag auch wunderbar mit Freunden beim Spieleabend ausklingen lassen. Irgendwie bin ich hier angekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.